Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Montag, der 6. April 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 797. Heute mit den folgenden Themen Sennheiser, Microsoft 365, Disney Plus, Smart Bra und GT 1 4 2 0. Ja, 11 Tage nach der Statusmeldung und dem Huster oder der letzte Huster, den ich nicht rausgeschnitten habe in der letzten Daily beim Geek Talk, beim Cross Promotion Folge hat es geklappt. Da bei der Daily nicht, ich entschuldige mich dafür und hoffe, dass es nicht wieder passiert, weil am Husten bin ich noch fleissig mit den Nachwehen. Aber ja, wir sind zurück, wenn alles klappt, kommt ab sofort wieder täglich folgen oder ja, zumindest so fleissig wie es geht. Und ja, diese Woche mit mir, nächste Woche wieder mit dem Achim und dann geht der normale Turnus weiter wie gewohnt. Immer noch, wie gesagt, Holz anfassen, wenn es klappt und alles drum und dran. Auch möchte ich mich entschuldigen für meine nasale Stimme, die ich aktuell habe, denn ja, man hätte denken können, dass bei Corona wenigstens die Pollen-Saison auch irgendwie verschoben wird oder gekillt wird oder besser gesagt, die Pollen gekillt werden. Aber das ist nicht so, deshalb meine beiden Nasenhöhlen sind zu und ja, das tiefe Schnaufen und so weiter. Ich hoffe, das hört man nicht allzu stark im Podcast. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass, wenn alles klappt, in den nächsten Tagen wir die Folge 800 rausbringen werden. Wer sich am Anfang der Sendung erinnern mag, 797, ja, mit der 800. Sendung werden wir eine kleine Verlosung als Dankeschön an unseren treuen Hörern und den hoffentlich gebliebenen treuen Hörern bringen können. Seid also gespannt, wie das Ganze da funktionieren wird, das werden wir euch noch mitteilen im Laufe der Woche, respektive spätestens dann natürlich mit der Folge 800, wenn sie dann kommt. Gut, beginnen wir mit den Themen. Heute habe ich, wie gesagt, zum ersten Sennheiser und die haben rausgebracht ein neues Kopfhörpaar. Und das war schon Ende des letzten Monats, also ich wollte es dennoch kurz mit reinnehmen, die Wireless Momentum Through Wireless in der zweiten Version. Ich wäre von den ersten schon begeistert, Leser von Pogipsi.ch-Blog haben das sicherlich mitbekommen. Und jetzt ist, wie gesagt, die zweite Version rausgekommen mit deutlich mehr Power, nämlich doppelt so viel. Und vor allem mit ANC, Active Noise Cancellation. Wer das mag, wird sich darauf freuen können. Ich bin gespannt, darf die jetzt seit circa einer Woche testen und werde euch dann natürlich in zwei, drei, vielleicht vier Wochen einen ausführlichen Testbericht auch wieder im Blog dazu bringen. Die ersten Anprobe oder die ersten Stunden damit haben mich total begeistert. Und ja, ich glaube, ich weiß schon ziemlich, wie das Review ausgehen wird. Sehr, sehr gut, wie schon bei den letzten. Dann gab es eine Meldung auch vor, ja, Mitte, letzte Woche war es circa, genau, Microsoft, ich dachte zuerst, es sei ein 1. April-Scherz, aber nein, Microsoft benennt sein Office 365-Angebot. Das ist ja das Word, Excel, PowerPoint und OneDrive und was da noch alles mit dabei ist, Skype-Stunden, die man inklusive hat, etc. Das benennen sie um in Microsoft 365 und das wird schon im Sommer diesen Jahres passieren. Weshalb tun sie das? Ganz einfach, weil sie sagen, dass das Ganze, das Umfang, das Spektrum der Funktionen besser oder die Vorteile des Abonnements besser widerspiegeln wird als eben Office 365, weil wie gesagt, ich habe es ja vorher schon aufgezählt, Office, das war ja immer Word, Excel, PowerPoint und die ganzen Geschichten. Und mit Skype und all dem Zeugs, was da noch rundherum ist, Teams, etc. ist das ganze Angebot natürlich deutlich gewachsen in den letzten Jahren. Und ja, Name-Branding ist ja definitiv auch nicht verkehrt. Also ich habe da nichts dagegen. Dann gab es Neuigkeiten und das wird Millionen von Disney Plus Fans freuen, denn Disney hat verkündet, dass sie weggehen von der Hochskalierung von 4 zu 3 Inhalten. Denn sie haben nämlich Simpsons-Inhalte zum Beispiel, die als 4 zu 3 früher ausgestrahlt wurden, einfach auf 16.9 hochskaliert und das schaut nicht unbedingt ganz so dufte aus. Ja, Beispielbild könnt ihr in den Shownotes nachschauen, daily.geektalk.ca, da haben wir einen Beitrag verlinkt, wo es eben so ein Bild drin hat, wo man den Unterschied sieht. Und wie gesagt, Disney hat jetzt verlauten lassen, dass sie da wieder zurückgehen werden. Jetzt überlege ich es mir doch noch, ob ich nicht nochmals ganz von Anfang beginnen soll bei den Simpsons. Aber ja, mal schauen. Dann der Smart Bra. Schweizer Studenten haben einen BHR von der Brustkrebs frühzeitig erkennen soll. Und zwar sind das Studenten von der Universität EPFL, das ist die Universität in Lausanne, also im westlichen Teil der Schweiz, im französischen Part der Schweiz. Und das Teil klingt wirklich interessant, denn in dem Bereich gibt es doch einiges, was man noch tun könnte, sodass Frauen nicht mehr so leiden müssen, respektive es sogar noch schlimmer wird. Zu guter Letzt habe ich noch den Hinweis auf die GT 1420 im letzten Monat, wo es mir nicht so gut ging und auch dem Jahr nicht, haben wir keinen gemeinsamen Termin gefunden. Deshalb ab der Jahr extra eine eigene oder eine selbstständige Spielefolge eingesprochen. Für all diejenigen, die die Spielefolgen jeweils hören im Geek Talk, die können sich die jetzt runterladen. Und seit heute Abend ist die 14.20 endlich online. Was heisst endlich online? Mein Verdienst. Die Sendung ist schon länger bereit von Seitenjahren. Ich habe es jetzt endlich geschafft, die zu implementieren. In diesem Sinne, euch viel Spass beim Reinhören, wenn ihr mögt. Ansonsten, wenn das hier mit den Dailies klappt, in regelmäßigen Abständen, werden wir auch schon sehr, sehr bald neue Geek Talk News Folgen wieder bringen. Und es sind auch schon ein paar andere Ideen im Köcher, aber ja, jetzt zuerst mal langsam starten und ja, Content auf dem pokipsi.ca-blog und lebesmarc.ca-blog etc. schaffen. Und dann eins nach dem anderen. Ich freue mich für jeden, der jetzt noch reinhört und hofft, das sind die ein oder andere oder es haben uns nicht allzu viele verlassen, weil wir jetzt doch ein Weilchen lang nichts senden konnten. Euch für die Treue herzlichen Dank und einen guten Start in die neue Woche. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.